Vom Hirtenjungen zum Star, dann zum Flüchtling und Räuberhauptmann und schließlich zum König. Die beeindruckende Karriere des biblischen Königs David war Thema eines Musicals am Wochenende in der Julius-Kämmler-Halle in Betzingen. Fast 100 Mitwirkende im Alter zwischen 7 und 76 Jahren hat Christoph Kleiber, Pastor der evangelisch-methodistischen Friedenskirche in Betzingen, zusammengeführt. Komponiert wurde das Musical von Hanne Vossum mit gefühlvollen Balladen, Tango, Fado und Rock- und Rap-Nummern. Man brachte mir Klamotten, um den Riesen hier zu schocken. Mein Danke, gar nicht nötig, diese Dinger finde ich tödlich. Man hat mich zugetextet, wie gefährlich er doch sei. Komm, schieb mir keine Panik, sagte ich so nebenbei. Schieb keine Panik, der kann mir gar nichts. Viel Arbeit auch für Renate Schumacher, die für Kostüme und Choreografie verantwortlich war. Pastor Kleiber hatte schon in Pfullingen mehrere große Musical-Projekte organisiert. Bei diesem Event in Betzingen war ihm wichtig, dass die Teilnehmer und Besucher die Davids-Geschichte ganz direkt und persönlich miterlebten und auch etwas von Gottes Gegenwart im eigenen Leben erführen. Vielen Dank. Applaus Applaus